Wir sind wieder am Metzeln, am Aus-sich-Gucken, am Reiten, am Suchen. Ja. Und wir sind vor allem gut drauf an einem Freitag. Mhm. Müde, abgeschlagen, aber gut drauf. Und wir haben wieder mal die... Mit Energy. Mit Energy. Und wir haben natürlich wieder die Outfits gewechselt und wir haben dieselbe Brille. Genau. Und wir haben gerade was gelernt. Da vorne ist der Turm der Araber. Bush al-Arab. Genau. Bibi kann das hervorragend aussprechen. Ich leider nicht. Wir haben gerade nachgefragt. Und es regnet. Da wird es bestimmt nie regnen, wo das Ding eigentlich original steht. Und wir haben auch... Ich glaube, das sind 40 Grad. Oder mehr. Oder mehr. Ihr wisst jetzt nicht, gar keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir auch gerade gelernt, dass da eine Plattform oben fehlt. Ja. Also natürlich ist es nicht eins zu eins, aber es sieht so aus. So. Es kommt nah hin. Genau. Also nochmal, hallo und herzlich willkommen. Wir haben Missionen zu erledigen. Bibi, wo geht es als nächstes hin? Zur erfolglosen Aufklärung. Gut. Wir sind immer noch auf derselben Insel, falls sich jemand wundert, wenn dies überhaupt jemand guckt und sich dies anguckt, dass zwei Vollidiotinnen versuchen, Quests zu lösen und Riesenspaß dabei haben, komisch dickhäuter zu reiten. Wir können aber eigentlich doch erstmal die Lekaner töten. Liegt auf dem Weg. Weißt du, du findest sie ja eigentlich niedlich, ne? Ich wollte dich mal dran erinnern, aber... Ja. Na gut. Das war voll süß. Das ist irgendwie voll lustig, so in Freizeitkleidung die Kicher zu töten. Mhm. Vor allem in der Freizeit. Ja. Ja. Aber ich find's irgendwie auch voll cool, dass man sich so verschiedene Outfits anzieht. Das find ich auch voll cool. Und die nicht auch nicht immer so magisch aussehen. Ist auch mein komischen Steinschlupf, den ich da am Poppes hab. Aber, äh, und Vivis Schild. Ähm, du siehst aus wie Captain America. Da ist auch immer so ein Schild dabei. Mrs. America. Mrs. Mrs. Captain. Bisschen rötchen. Ich bin in einem Busch, ich hab mich versteckt. Ich bin ein Buschmensch. Eine Buschfrau. Eine Buschfrau. Meinst du, wir kommen jemals so hoch? Mhm. Zum Pennen? Ja. Wahrscheinlich wie das letzte Mal. Wahrscheinlich. Ich find das so traurig. Das sind deine? Ich such mir meine eigenen. Ja, ja. Das ist einer. Och, Mann. Ich muss wieder auf meine Gesundheit achten. Ich muss mich immer dran erinnern, dass ich Fernkämpfer bin. Lena, du bist Fernkämpfer. Das ist voll nervig irgendwie, aber gut. Ich hab's gewollt, jetzt hab ich's. Jetzt hast du's so, genau. Richtig, richtig. Naja, ich lieb das. Also echt, das Spiel ist sehr, sehr abwechslungsreich. Sehr. Also süße Tiere. Noch süßere Tiere. Hab ich schon ein wenig. Dann ein paar Augen. Habe ich schon ein wenig. Ich hab's... Dann einfach... Komm. Hey, du lebst? Wieso lebst du? Das versteh ich nicht. Oh, ich dachte gerade, ich bin ne? Ich hätte eine Unterwäsche an. Naja, das ist auch schon Hautfarben, was du da an hast, ne? Ja. Ziemlich Hautfarben. Und das ist die Wochenendbekleidung. Oh, Entkleidung. Okay. Heilung, Heilung. Wo ist der nächste Lykana? Ich finde die. Bei mir ist gerade einer direkt von den Füßen gespawnt. Sehr praktisch. Muss ich nicht so weit laufen. Der zuvorkommt. Ich muss meine suchen. Ja, du wieder. Du tötest die ja alle, bevor sie Bob sagen können. Oh. Äh, ist der unsichtbar. Oh. Oh, der hat geschlafen. Ich habe ein... Survival-Fraktat gefunden, also bekommen. Was? Survival-Fraktat. Diese mehrseitige Abhandlung darüber, wie man im Wald von Lanbar überlebt, wurde vor mehr als tausend Jahren geschrieben, hat aber bis heute nichts an Relevanz eingebüßt. Sie versorgt die jüngeren Generationen der Bobenschützen mit nützlichen Informationen. Gleich mal verwenden. Äh. Ich will mein Geld haben. Was? Ich hätte mal eine ganz tofe Frage. Wer von uns ist Bobenschütze? Ich nicht. Schlürf. Es ist doch irgendwie ein Witz, das auf einem Energy-Trink draufsteht, Zero Zucker. Was ist jetzt Zero? Ja. Kann doch nicht sein, oder? Und was steht bei mir? Davon Zucker, 16 Gramm. Das kann doch nicht wahr sein. Vitamin B6, 0,28 Milligramm. Vitamin B12, 0,5 Mikrogramm. Alter, Alter. Ja, hab ich auch. Wie viel hast du? Äh, Vitamin B12. Vitamin B12 hab ich 0,50 Mikrogramm. Ja, ich hab 2,5 Mikrogramm. Oh, oh. Oh, Mann. Aber was liest du grad? Pro 100 Milliliter oder pro 500 Milliliter? Pro 100. Äh, ja, 100. Bei 500 hab ich das liest auch 2,5 Mikrogramm. Ja, nee, da hab ich 13 Mikro... Uh, 13 Mikrogramm. Okay, was hast du grad... 13 Mikro. 13 Mikrovalding ist so geil. Kohlenhydrate hab ich 0,9 bei 100 Milliliter. Davon hab ich Kohlenhydrate 16. Davon Zucker 0 Gramm? Also da ist wirklich nix an Zucker drin. Alex, ich hab mir ein Zero Energy gekauft aus Versehen. Aber der schmeckt gar nicht schlecht. Aber nicht über meine Tastatur stehen, bitte. Da steht aber auch Zero Zucker. Da. Ich stehe so gut. Ja, du hast es im Laden gelesen. Ich nicht. Das war übrigens Alex. Der Reißverschluss von nebenan. Der heimliche Raucher. Der heimliche Raucher, ja. Smoke underwater. Fire in the sky. Sky. Smoke under water. Fire in the sky. 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 Sky und 1. Sky. Sky. Oh. Oh, Gott. Faszinierend! Aber der schmeckt echt gut, der ist weiß. Musst du mir später mal ein Bild schicken, was für eine das ist. Da ist ein M drauf und es ist weiß! Man darf ja sonst nichts mehr sagen! Bei mir ist ein R und ein Stern draußen. Wir wissen jetzt gar nicht, was das ist. Fire in the sky. Oh Gott, Energy Choke mit Müdigkeit ist keine gute Kombination! Ich brauch noch Lycana! Ah, okay. Ja, ich auch. Kampfprotokoll! Ich hab gerade eben 90%! Oh, ich bin fertig! Na toll! Neben, Informationen über Feinde. Ja, da wird... wir werden alles... was kann ich denn nehmen? Oh, eine Bombe! Dann nimmst du jetzt die Bombe? Dankeschön. Irgendwie sind die alle ausgerottet hier oben. Ne, hier sind noch welche. Aber die sind stark! Irgendwie, glaub ich. Ja. Die sind auch Level 23! Hm, das erklärt alles. Hm. Nicht genug Ressourcen, ich hab ja gleich nicht genug Ressourcen. Mein Bildschirm vibriert voll. Alter. Ich hab nämlich die Visualisierung der Attacken ein bisschen hochgeschraubt, damit dann ein bisschen mehr Action ist in meinem Bildschirm. Ne, Action! 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 Smoke in the water! Fire in the sky! Sky! Ey! Sky! 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 Okay, ich bin fertig! F, Belohnung! Ich bin auch fertig! Äh, 13 von 16. Da war er wieder, der Raufer! Zu hören auch in Left 4 Dead! Ähm, das haben wir noch alles gespielt! In Human Full Flat! Was haben wir noch gespielt? The Mean Greens! Ne, da war er nicht zu hören! Nein, nein! Nein, nein! Da war er nicht zu hören! Ähm... Dann noch in... Generation Zero! Dead by Daylight! Gehandelt auch! Äh, so! Was müssen wir jetzt töten? Die da? Wir müssen den... Wir haben den Körper gefunden! Ich untersuche den Körper der Leiche! Okay! Ich bin dann mal am Campen! Er war ein guter Soldat! Schwächer werden jetzt Zeit zum Bauern haben! Die Daten von seinem Tablett liegen wegen nahe, dass auf der Insel der Abgeschiedenheit Feinde sind! Geh schnell dorthin! Nein, ich geh jetzt nicht schnell dorthin! Oh oh! Gut! Teamwork! Teamwork! Nein! Ich geh da jetzt nicht schnell! Ah! Was habe ich jetzt gerade bekommen? Kürastisch verteidigt das! Was ist das? Kürastisch! 33% Gesundheitsbonus! Äh... Hm? Ich kann das ausrüsten! Hm... Trinkt mir aber sehr viel! Ich verkauf das wieder! Zellmode! 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 Okay! Das ist übrigens da unten! Das Portal ist noch gut! Das sind viele Portale! Äh... Okay... Wir haben noch gar kein Portal geöffnet! Außer wir luschen! Wir könnten schnell Reisen machen, weißt du von... Weißt du, wir rennen uns hier in Wolf und da sind Portale, die wir freischalten könnten! Ja! Mann, sind wir blöd! Deswegen ist die Insel aus dem Haus! Naja... Nein! Es ist immer Freitag! Und Freitag sind wir immer ein bisschen döfer als sonst! Gell? Ja! Aber bisher hat sich doch niemand beschwert! Hm... Ne! Wie denn auch? Hey, die hat grüne Haare! Uh! Aussehen will! Geil! Will ich auch haben! Was hast du getan? Schön, gell? Geil! Ah, mag ich auch haben! So! Wohin? Reiseführer Vivi? Höre mich! Zu der großen Jagd! Einmal aufjumpen! Wir gehen nicht zur großen Krabbe, wir gehen zur großen Jagd! Auf, auf, Cheater-Tier! Cheater-Tier! Go! Mufflo! Odin! Nennst du deins Odin? Ich nenn' meins Odin! Mann! Wohin! Oder Nostradamus! Oder Nostradamus! Odin oder Nostra! Oder Odin Nostradamus! Oh, das klingt auch gut! Odinu! 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 Ein Odinu! Was ist denn das für Vieß? Ah, wie geil! Das ist ein wildes Panzerhorn! Die müssen wir töten! Wie wie ist Plural von Vieh? Ein Vieh, viele Vieß! Oh Gott! Süß! Oh Gott! Oh, wie die umfallen! Süß! Komm! Äh, ups! War ich das? Ja, das warst du! Cool! Wusste ich gar nicht, dass ich das kann! Was war das? Oh, zwei! Das sind auch nur zwei Panzerhörner! Oh, cool! Was macht das? Macht das was? Hier sollt ihr achten! reinlaufen! Einmal brutzeln! Ja! Weißt du, du brutzelst und ich gefriere! Ergänzt sich! Ja! Feuer und Eis! Gab es da nicht irgendwie eine Serie, die Feuer und Eis hieß? Also ich kenne jetzt nur Avatar! Wo die vier Elemente da... Naja... Das hab ich voll gern geschaut irgendwie! Ja? Ja! Mit dem Zuko und so! War das die Zeichenrack oder was ist das? Ja, das war die Zeichenrack! Das kam immer auf Nickelodeon oder so! Ah! War eigentlich immer so ganz interessant, kamst daheim und dann geguckt! Guck mal, ist das so ein Teleport-Dingsbums hier? Ja! Kann man das freischalten? Aua! Das können wir schon verwenden! Du kannst es verwenden! Ja! Hm! Ist das jetzt freigeschalten? Ups! Ich will nicht zur Hauptstadt! Nee, das ist ein anderes... ähm... Das ist so ein Hafen, wo wir wegfahren könnten! Hä? Ah! Was ist das denn für eine? Ah! Vergiss sie! Okay! Okay! Wir schnetzeln noch! Ich schnetzeln noch! Ich bin noch nicht ganz fertig mit der Mission! Ja, ich auch nicht! Ihr wollt mir erst mal umkippen! Ah! Guck's! Einmal totes Tier! Nein! Was?! Ich wollte das totes Tier betrachten! Es ist weg, oder was? Ja, es ist auf einmal weggebrutzelt! 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 Wieso greifen mich eigentlich zwei an, wenn ich nur eins angreife? Das sind wahrscheinlich Rudeltiere! Das sind zwei verschiedene Viecher! Ja, fest abgeschlossen! Das ist voll die Dino-Insel! Irgendwie, oder? Neuer... Neuer Jurassic Park! Ja! Skyboard! Jurassic World! Äh, fünf... Oder wo? Oder wo sind wir jetzt? Drei? Ne! Wir? Wir sind jetzt auf Provinzen... drei! Wir haben danach noch Berge von Arctan... Und dann Glyceria... Dann Glycifon... Dann Belonia... Dann Phenomenen... Und dann Tacit Dünen! Ah, ja! Oh! Ich hab' angegriffen! Nein! Philo, geh weg! Ich hab' dich doch lieb! Ich hab' dich aufgedreht! Ich hab' dich aufgedreht! Ich hab' dich aufgedreht! So! Brutzel! Brutzel! So! Okay! Weiter geht's! So! Da unten haben wir Standdaten der Tempner! Muss mich grad' anders dahin mümmeln! Ja! Ja! Wäre mal vor der... Oh! Mein Stuhl knackt! Au! So! Äh... Es ist mümmelig... Ja, es ist ein bisschen mümmeliger! Bumm! So! Da nervte ich jetzt noch meinen Zopf! Es ist gemütlich! Ja! Dabei noch nicht ganz! Wart mal! Es ist neinaulich! Okay, jetzt ist es gemütlich! So! Wohin? Äh... Was haben wir denn da jetzt? Wir hätten Standarten der Templer! Äh... Ja! Genau! Gehen wir doch da ein! Das war ja ganz in der Nähe! Lauf ich richtig? Ja! Ja, du läufst richtig! Insel nach Uge! Okay... Alter! Irgendwie besitze ich noch nicht richtig! Hisa! Also wir müssen die Utzenaiden töten! Utz! 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 Die Utzenaiden! Sind die süß! Damit wir an die Standarten kommen! Ey, das lebt noch! Die grün! Oh, hallo! Ah, wir müssen die Großen töten! Äh... Ozeaniden! Die Naiden! Die Naiden! Die... Also die... Nadine da! Oh, die ist Großer! Nooo! Nooo! Okay! Active Caution Mode! Ich glaube, als hätte ich irgendwie einen Breitgrundhackel in der Hose! Ja, so kommt es mir auch vor! Ja! Aber ich finde das voll blöd gelöst irgendwie! Ozean! Dass du dir... ...den freien Platz erst kaufen musst für dein Inventar! Ja, das ist halt echt doof! Ja! Ich glaube, das findest du in jedem... ...so... ...so... ...open world... ...dingsbobes! Das stimmt! Es ist ja bei... Wer ist doch ne Nadine! Ne Naide! Ne Naide! Oder meine eigene Naide! Also Nadine! Hallo Nadine! Wie geht's dir heute? Okay, die hat gerade gestöhnt! Äh, doch hast du gehört! Jetzt hast du angefangen zu gestöhnen als ich! Aber mich stöhnt! Schlechter Einfall! Äh... Einfall! Einfall! Okay, weg ist es! Aber die Farbe ist voll schön! Es ist rosa! Ja! Wie? Ich hab dich nicht getroffen! Gib's doch gar nicht! So, ich bin bei 75%! 87%! Oh, ne Perle! Oh! Die Musik ist so schön! Schwui! 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 Achso, ich bin fertig! F! Ähm... Wo bist du? In meinem Baby? Da ist mein Baby! Bin hier! Wenn ich jetzt so leise bin, musst du sagen! Alles gut passt! Bin ich genauso laut wie vorhin? Ja! Gut! Ich hoffe ich auch! Ja, ja, ja! Weil ich lehne jetzt ein bisschen an, tatsächlich! Ein bisschen gemütlicher! Oh! Da will ich nicht kennen! Das sieht voll lustig aus von hier, wie du gerade weghüppelst! Das Schwert so im Schild drin, sieht aus wie so ein Riesendildo! Irgendwie schon! Was zur Hölle ist denn das? Es ist ein Stab! Das sieht ja immer mega nice aus! Ja! Hä? Das sieht aus wie dein Schwert mit dem Schild einfach dran gebaut! Power Ranger! In the sky! Hä? Wo bist du denn jetzt? Ah, du bist ja lila! Hast du Scheinwerfer da dran? Das wäre geil! Eigentlich nicht! Ich glaub das war die Naide! Oh je! Okay! Oh, ein Leuchtball! 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 So! Jetzt haben wir das auch abgefrühstückt! Jetzt können wir weiterlaufen nach da! Äh, was ist das? Geduld! Ist das die Geduld? Ja! Dann gehen wir zur Hölle! So! So! Bin ich richtig unterlegt? Besorgen silberne Felssträhnen von Aschfalen oder nebelgrauen Lykanen! Oh! Faszinierend! So! So, lauf mir mal den Berg hoch! Geht das? Nebelgrauen? Natürlich geht das nicht! Oh, da ist ein Aschfaler Lykan! Hallo! Ach... Und gerne! Alles gut geht! Nebelgrauen? Ja, irgendwie auch schön! Oh! Ja Hä? So niedlich! So richtig putzig. Ja. Wir müssen sie tun. Da ist ein Naida, da ist ein Kelp. Kelpie will ich nicht. Du kannst ruhig leben. Lebe du Kelpie, lebe. Kommt aus Klebe. Wir sehen ja auch Kelp. Schlechte Witze incoming. Oh ja. Die Incomings haben wir aber bestimmt erst morgen wieder. Oh ja. Oh, ich freu mich riesig. Ich bin echt, ich bin mega, mega. Ich muss nicht mehr gehen, wie es weiter geht. Ich auch. Nein! Gut gut, lass mal. Nö, nö. So, nebelgrauer Lykan. Hab ich hier irgendwo. Ja, da hab ich ein Pocket-Bow. Pocket-Bow. Es sind hier noch Lykaner. Ich hab noch einen. Ich finde irgendwie keine mehr. Hast du alle weggemacht? Da spawnen grad voll viele. Was? Oh ja, klar. Also auf der Karte. Ich bin auch so irgendwie drin. Hi, Vivi. Hi. Hey. Spring. Oh, der ist tot gut. Ja. 75 Prozent? Ah. Hä? Ich töte doch die ganze Zeit. Du musst die Pocket-Bow zu sammeln. Ja. Okay. Hä? So, meine Mission hab ich geschafft. Das ist sehr so toll. Wie ist das so toll. Ja. Oh ich bin. Das ist so toll. Ja. 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 Ich kann erinnern. Das seh ich nicht. Ich lass dich mal töten. Und schau dir zu. Und folge dir. Du hast dich gedrückt. Ja, ich hab sehr viel gedrückt. Hm, Patient hat uns gesagt, ähm, weil's noch länger gedauert hat. Und da hab ich gesagt, oh, heute könnt's länger dauern. Und dann hat er gesagt, oh, ich hab heut nix mehr vor. Und ich natürlich eiskalt gesagt, das hätte ich jetzt an ihrer Stelle nicht gesagt. Hä? Ja. Oh Gott. Wo ist mein Baby? Hä? Ja. Da. Also das Hübschen hat sich irgendwie eingebürgert, wa? Ja. Okay, was müssen wir jetzt noch tun? Ähm, wir haben Ansturm der See mit Ongs und Kerbs und Felsenküste. Direkt in der Nähe. Machen wir doch glatt. Kerb. Ja, Kerb. Da sind wir diese hübschen Schlänkchen, die Ongs. Nooo. Oh, die sind Gold mit Blau. Die sind Gold? Gold mit Blau. Nooo. Ähm, ich hab grad nen Ong angegriffen. Scheiße. Naja, ich hab zwei Ongs hier. Let's go. Okay, der Ong war nicht so stark, wie ich gedacht hab. Der Ong ist weg. Okay. Was ist das denn? Okay, einer ist kaputt. Was hab ich denn in der Hand? Nein, ich will das mitnehmen. Boah, danke. Danke. Guck mal an, was die in der Hand hat. Was ist das? Das ist eine Peitsche. Ah, und? Das sieht aber eher aus wie Spargel. Alles klar, meine neue Waffe ist Spargel. Sehen sie jetzt, Spargel in Action. Das sieht wirklich aus wie Spargel, das hat die Farbe wie Spargel. Schau mal, da ist was. Nimm's mit. Ich nehm's mit. Hast du's? Äh, ist da noch was? Oh ja. Ja, dann, nimm's mit. Miau. 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 Was ist das? Miau. Nimm das, du Spargel. Ich werde versklavt. Hilfe! Von wo? Im realen Leben? Von einem Kerl. Ah, okay, ich dachte mal. Miau. Lass mich in Ruhe. Lass nie deine Ruhe, ich hab's gesehen, du wolltest sie angreifen. Böser Kerl. Drei? Drei? Was macht denn frei? Drei? Drei? Äh, was mach ich denn? Ich lauf so ganz chillig. Achso, ich bin versklavt. Ah ja, deswegen. Ich bin grad so ganz chill gelaufen. Ja, ich auch, deswegen. Ich wollte versklavt. Das ist versklavt. Ja. Da hinten ist ne Perle. Knapp sie dir, Bruder. Oh ja, jetzt bin ich pitschnass, ey. Wir stinken voll nach nassen Hund bestimmt, oder? Oder nach Fisch. Stimmt. Na toll. Direkt ein Kelp gespawnt und so ein frisches Fischding. So ein Fischding. Ein Fischding. Ein Fischding. Ein Fischding. Du versklavst mich nicht, Bruderfreund. Und so, ich habe 7 oder 8. Ah, ich hab wieder ein, äh... Ah, guck mal wie süß die Schlingeln. Die kalten Wellen. Und wir müssen sie töten. Ja. Ah. Ah. Tschüss. So. Das geht jetzt schnell. Kannst du mal sterben, bitte? Einmal sterben zum Mitnehmen, bitte. Ups, ich hab mich selbst eingeboren. Oh cool. Hat man nicht alle Tage. So, einmal heilen. So! Äh, F. Weiter geht's. Äh, was haben wir jetzt noch in der Nähe? Da oben. Äh, was ist das? Ähm... Große Jagd. Waraxe. Ähm, Große Jagd Waraxe? Hier lang. Hast du das nicht mehr? Ich hab Rückgabe der heiligen Reliquien. Okay. Ah, hier! Ja, jetzt hab ich's auch. Nein, ich find... Warum komm ich nicht steinig hoch? Ja. Weißt... Ja, bin ich auch grad drangescheitert. Wow. Ich hab die ganze Zeit auf der großen Map geguckt, nie auf der Mini-Map. Ich hab irgendwie immer auf der Mini-Map geguckt. Ganz klar. Ja, du bist ja auch intelligent. Und ich hab jeden großen Spargel. Sag das nicht! Ich kann auch manchmal dumm sein. So, Spargel des Todes. Spargel des Todes. Ich spargel euch wieder. Äh, bei wie vielen Minuten sind wir eigentlich? Oh, 31. Aber wir können das ja noch fertig machen und dann... Jo. Oh, da ist eine Bombe! Oh, sie ist weg. Ganz gemütlich! Oh, die sind wieder lila! Nein, greift mich nicht an, du bist süß! Was? Ich will so ein lila Baratser reinziehen! Ich auch! Gibt's bestimmt! Die sind bestimmt voll Pflegeleucht! Ja. Wir essen bloß Pixel! Oder Menschen! Was? Das ist mein Fünfter. Ich dachte, die Unsterblichen wären besser. Ich wette, ich besiege dich. Hä? Hast du auch jemanden, der die ganze Zeit mit dir quasselt? Nein! Der mir quasselt auch nicht. Achso, bei mir hat grad eben jemanden quasselt. Ja! Dass er dich besiegen will. An der Seite mit Wettkampf und etc. Genau! Genau! Der hat aber nur einmal geredet. Hä? Der hat mir schon zweimal geredet. Oh! Dass wir schlecht sind. So nach dem Motto. Wir sind nie schlecht. Wir machen ihn fertig. Äh, ich hab hier ein Riesenei. Ich hab ein Riesenei entdeckt. Du hast ein Riesenei entdeckt? Ja, ich hab ein Riesenei entdeckt. Ich zeig's dir gleich, nachdem ich geschnetzelt hab. Was? Gebruh nutzelt? Gubutzelt gar nicht. Ich bin auch mithelfend! Du sieben Meter hat gerade meine Aachen erschossen und schon Nummer neun im Visier. Du Hölle! Etwas hat... Etwas hat auch mich im Visier. Du Hölle? Das für ein Spruch kenn ich gar nicht. Du Hölle! Und? Eja, er ist ja alt! Wer ist das? Weiß es nicht! Weiß es nicht! Oh! Oh, yum, yum, yum! Alles klar, das war ein Energy. Nein! Nein? Was war das? Eine Flasche! Ey, ich bin eingefroren! Entschuldigung! Genau, das ist gut! Feuer und Eis. Wie viel Prozent hast du? 90. Ich auch. Einmal Schnettel. Bibi, da oben ist der Master of Viecher. Der Master of Viecher. Der Master of Viecher. Der Master of Viecher. Wir können den ja zusammenschnetzeln. Ja. Quest abgeschlossene Jagd. Siehst du den da? Ja, ne? Mhm. Ich wollte dir noch das Ei zeigen. Ah ja, stimmt. Wo? Ich muss das Ei erst mal wieder suchen. Ah, ich hab's gefunden! Da! Ich bin hier! F? Ja! Oh! Ach, das ist wieder so ein... Das ist doch mal da! Äh... Ne, das ist so ein Portal! Wir können da aber nichts machen! Ey, das sind diese Schnelle-Reise-Portale, die nicht freigeschaltet sind. Hm, komisch. Hallo! Wahrscheinlich müssen wir die Map erst fertig machen, um das freizuschalten. Wahrscheinlich. So, ich drück auf F zur Belohnung. Ja, hab ich euch schon gemacht. Oh Gott, wie hast du das denn geschafft? Du hast das Glück geschoben. Na gut. Wir können ein anderes Mal gerne nochmal versuchen. Viel Glück. Okay. Ja. Natürlich, wir fummeln immer. Immer. Es ist Zeit, sich Theratos vorzuknüpfen. Oder wie auch immer der heißt. Und es ist an der Zeit, dass wir es ein bisschen spannend machen. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.